Herzlich willkommen hier in der Palfi-Gasse im 17. Bezirk, Nähe Herrnalser Hauptstraße, Nähe U6 Alsastraße. Die Straßenbahnlinie 43 fährt 150 Meter von hier, Station Palfi-Gasse. Das Haus liegt Palfi-Gasse, Ecke Geblergasse. Die Fenster von den Wohnzimmern bzw. Schlafzimmern gehen auf die Geblergasse und das Küchenfenster und Vorzimmerfenster geht auf die Südseite in den Innenhof. Untertitelung des ZDF für funk, 2017